Hey, willkommen zu unserem Adventkalender und zum heutigen Türchen Nummer 6. Wir sind bei Türchen Nummer 6 angelangt und hinter diesem Türchen versteckt sich die Übung Competition Burpee. Die erste Variante ist für unsere Springer. Das heißt, vom Stand springen wir sozusagen in die Liegestützposition, legen uns ganz am Boden ab, Hände kurz vom Boden weg und dann springen wir wieder in den Stand und machen einen Strecksprung. Und das Ganze wieder von vorne. Hier ist es ganz wichtig, die Körperspannung auf jeden Fall auch zu halten. Variante Nummer 2 ist unsere Nichtspringer-Variante. Und hier steigst du einfach vom Stand in die Liegestützposition, legst dich ganz am Boden ab, Hände vom Boden kurz weg. Und dann steigst du einfach in den Stand, bleibst einfach kurz stehen und steigst dann wieder in die Liegestützposition und legst am Boden wieder ab. Auch hier ganz wichtig, Körperspannung halten und mach es auf jeden Fall in deinem Tempo. Viel Spaß mit der Übung 6 von unserem Adventkalender. Und natürlich, wie immer, kannst du die Übung alleine machen oder in dein Workout integrieren. Egal wie du das machst, es ist auf jeden Fall immer effektiv und macht auf jeden Fall viel Spaß. Wenn du natürlich Fragen hast, dann schreib mir gerne in die Kommentare. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, mir einen Taumen nach oben zu geben und das Video auch gerne mit deinen Freunden und deiner Familie zu teilen. Ja, und somit sehen wir uns morgen wieder zum Türchen Nummer 7 und schauen mal, welche Übung sich dahinter so verbirgt. Bis dahin, ciao!